Diese App soll dich nachts sicher nach Hause bringen. Wer als Frau allein im Dunkeln von der Arbeit, vom Fortgehen oder vom Treffen mit Freunden nach Hause geht, hat vielleicht ein mulmiges Gefühl im Bauch. Der Verein Coming Home Safe aus Niederösterreich will dem ein Ende setzen. Vor der App wurde ein Heimweg-Telefon mit einem freiwilligen Mitarbeiter ins Leben gerufen. Dieses Konzept funktionierte aber nicht. Deshalb stellten sie auf die App mit Chat-Funktion um. Der Gründer Nico Bogner erklärte uns, wie das Ganze so funktioniert. Wer sich in der App anmeldet, muss Foto, Namen und Adresse hinterlegen und den Standort sowie den Lautsprecher aktivieren. Bist du nach dem Fortgehen alleine auf dem Nachhauseweg, gibst du deine Zieladresse ein. Während der ganzen Zeit musst du dein Handy eingeschalten lassen. Ein Mitarbeiter der App verfolgt dann deinen Standort. Außerdem gibt es in der App einen Alarmknopf. Dieser spielt einen lauten Alarmton ab, der den Gefährder verschrecken soll. Zudem bekommt der Mitarbeiter eine Meldung und kann sich so mit der Person in Kontakt setzen. Kommt keine Antwort mehr, besteht die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Coming Home Safe wurde im Rahmen einer Diplomarbeit von zwei Schülern an der HTL Wien Westen tippt. Die App ist gratis und funktioniert in ganz Österreich. Verwenden kann man sie aktuell aber leider noch nicht. Es fehlt noch eine Partnerfirma, welche die Überwachung der App übernehmen möchte. Würdest du die App brauchen? Schreib sie in die Kommentare.